Einen wunderschönen guten Morgen. Die Aufgabe ist einfach, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Apple Notes und Apple Reminders sind in den vergangenen Jahren erwachsen geworden. Natürlich kleben an ihnen alle Vorteile, die vorinstallierte System-Apps so mitbringen. Trotzdem sind sie inzwischen echt konkurrenzfähig. Die aktuellsten Neuerungen, die untermalen das Ganze noch einmal.